Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Paper Mario. Hier waren wir jetzt in der letzten Folge stehen geblieben. Egal was ich einstelle, ich kriege die Grafik-Bugs und die Audio-Bugs nicht unbedingt weg. Das heißt, ich muss jetzt leider dran kleben. Was haben wir denn auf Leidung? Das ist nichts mehr gescheites. Ein Panzerstoß. Ich müsste zwar noch ein bisschen Schaden machen, aber... Ah, ich hätte auch diese Power-Dance bekommen können. Ah, Lachen zu schweigen. Dann mache ich schon jetzt diesen Routy-Spin. Oh, ich werde das einfach mit dem B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Jetzt haben wir eine gute Frage. Daher hat er mich noch nicht mehr gemacht. Ich werde mich noch nicht mehr mit dem B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Ich weiß, dass die Gegner so viele Alten haben müssen. Das ist ja Wahnsinn. Ich wollte es heute im Hafen nicht gegen uns verwenden. Da ist doch was. Aber hier kann ich was drücken. Ach, wahrscheinlich ja. Das hätte mir schon fast klar sein müssen. Naja, die Tür machen wir später. Wir gehen erstmal hier rein. Gleich den Weg merken. Die Unternamen. Dann da hoch. Hier rum. Ah ok, jetzt habe ich ihn. Ein schwarzer Schlüssel. Mario. Schau mal was da ist. Das ist übel. Ich schätze es wäre besser als wenn wir fliegen. 50 Sekunden. Ja ok, in 50 Sekunden schaue ich den Weg komplett. Speedrun. Huch, anscheinend haben wir es geschafft. Also wir haben entschließend. Jetzt müssen wir nur noch diese Truhe öffnen. Oh. Lange waren keine Gäste in diesen Gemäuern. Was? Ein legendärer Held, weil du meine Stimme hören kannst? Eine bizarre Idee. Überhaupt nicht. Ich denke jeder kann meine Stimme hören. Ich schätze du bist da auf einen kleinen Trick hereingefallen. Aber egal, würdest du mich trotzdem aus dieser Kiste befreien? Es ist ein wenig eng hier drin. Und ich bin schon ziemlich lange eingesperrt. Du musst nur den Schlüssel finden und die blöde Truhe aufschließen. Was? Ich würde dich sowieso mit diesem Fluch belegen, sobald du die Kiste öffnest. Wer macht denn sowas? Das ist doch schrecklich. Nein, sowas würde ich auf gar keinen Fall machen, niemals versprochen. Wenn du mich rettest, kann ich dir vielleicht auch helfen, quasi zum Dank. Man muss sich doch gegenseitig helfen. Das ist so wie geben und nehmen. Naja. Jedenfalls wäre ich froh, wenn du diesem Schlüssel diese Kiste aufschließt. Da habe ich ja schon gedacht, oh du hast einen Schlüssel. Wunderbar. Rahahaha. Du Tor. Was bist du für ein Narr? Aber meine Brüge wurde mir geschickt. Aber diese Burg ist ohnehin eine Frage, aus der es kein Entkommen gibt. Du wirst in diesen Rauern elendig krepieren. Aber vorher wird dich noch ein schrecklicher Fluch treffen. So, sei denn verflucht. Wartest du krepieren. Hahahaha. Damit bist du verflucht. Selber schon. Und dieser Fluch ist noch viel schrecklicher als der letzte. Drückst du erst und dreht sich dein Körper wie ein Plotter. Ah, nicht schrecklich. Und nun zeig mir deine Gestalt in aller Gerechtigkeit. Halte hergedrückte Blicke bei Schicksal im Augen. Was soll das? Zeig mir deine verfluchte Gestalt. Nun, wie gefällt dir deine jämmerliche Gestalt. Der Fluch hängt so lange an, dass du Berge trittst. Springen, laufen, alle deine Bewerge und Bewegungen werden absolut jämmerlich aus. Hast du verstanden, was dieser Fluch macht? Ja, wir verstanden. Nun lebe wohl, Lunar. Wahahaha. Na ja. Er sieht es uns Fluch. Ich sehe es an Skaba. Jetzt kommen wir hier hin. Und SoundFX A erhalten. Bei Angriff gibt Vario eine Froschschlaute von sich an. Wir müssen doch gleich mit. Ah, Speicher nicht vergessen. Ah, hier weisere. Aber ich habe einen Schlüssel. Damit wach ich nicht. Das habe ich aber leider nicht. Ah, hier muss ich noch einmal zurück gehen. Das ist schon mal ein Fluch. Da muss ich noch einmal zurück gehen. Zum Glück kriegt man kein Fallschneid. Wenn ich mich richtig entsinne, war der Schlüssel in dem vordersten Abteil, wo wir das rote Copper Skelett gefunden hatten. Ja, da ist er doch. Wie kommen wir da am geschicktesten rein? Ah, da hin. Gibt es hier auch etwas anderes? Keine Heime, Schatzschaden. Gibt es sicher auch Glück an. Na, auflagen können wir uns auch mal wieder. Ihr seht aber einen Sternensplitter. Den können wir uns holen gehen. Weil hier kommen wir nicht weiter. Aber hier noch einen kleinen Sternensplitter. Sonst ist hier nichts. Ist hier sonst noch was versteckt? Nein. Ja, da wird wahrscheinlich nichts bringen. Aber hier ist ein Sternensplitter. Ach, den hab ich gar nicht bekommen gesehen. Äh, dann machen wir das so. Dann kann ich das erst mal den an. Mh, Mario. Hammer hier. Und fertig ist der Kaffee. Und dann gucken wir mal, was hier links drin ist. Nanu. Wie seltsam, ich bin wohl nicht die einzige Besucherin dieser Burg. Wer, äh, wirst du? Mich? Ich bin eine, die viel in der Welt herum gekommen ist. Moment, mich in Argerina. In dieser Burg soll es irgendwo ein seltsamer Ort gehen, deshalb bin ich hier. Aber sagt, was treibt euch in die verfallene Gemäuer dieser alten Burg. Wir sind hier um Yoga zu besiegen und um ein Sternjuwel zu finden. Und leider können wir dieses Sternjuwel unter keinen Umständen überlassen. Ich wusste nicht einmal, ob das so etwas in dieser Burg gibt. Da habe ich vielleicht gerade einen heißen Tipp erhalten. Äh, auf keinen Fall. Aber egal. Schließlich wartet ihr zuerst auf der Suche nach diesem Sternjuwel. Mein Orden habe ich schon. Das Sternjuwel soll euer Freude sein. Äh, wie bitte? Wie, zum Abschied nur so. Dabei haben wir uns gerade erst getrunken. Aber es ist Zeit für den Abschied. Was für eine Freche. Ach ja. Eins wollte ich dir noch sagen. In dieser Burg befindet sich ein Orden, der im Kampf gegen den Drachen helfen soll. Was für ein Orden? Das weiß ich auch nicht. Warst du in etwa schon? Wenn du gegen Lockhart kämpfst, solltest du diesen Ort auf jeden Fall anlegen. Und damit Adieu. Ein bärtiger Kavalier. Bis zum nächsten Mal. Eine seltsame Person. Aber irgendwie auch charmant, oder? Ah, ein Filz. Burgschlüssel. Eine Insignia. Ein Honigsirub. Ist doch schön. Dann fehlt ja nur noch die Seite hier. Komm. Komm runter. Dann wollte ich mal den angreifen. Nächster. Dann machen wir einen Powerpanzer. Der Abdeln. Er hat mich nicht mehr. Der Eimer hat das. Untertitel. Biggerät. Durch die Seite. Sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Entstehe. Ganz genau. Jetzt muss ich aber auch einigen... Bei dem Technik habe ich ja nichts mehr, was ich hier in der Kopf schmeißen kann, das ist ja doof. Dann müssen wir den Kupfer flach bleiben. Na, 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 na. Sollte er gehen. Oh. Und dann machen wir mal den Ulti-Sprung und den Kupfer flach bleiben. Und den Kauern von Seite. Kommt doch bestimmt noch einer, der mich angreift. 100 Po. Ah, da unten ist der. Ah, was machen wir denn? Und das ist nur 7. Dass wir in der nächsten Runde Powerdolls machen können. Oder Kulti-Sprung. Ich weiß es, Powerdolls habe ich ja noch nicht. So, Kulti-Sprung. Und Powerdolls. Und Powerdolls. Was macht der? Und da drüben kommt einer. Und da drüben ist ein Sternschirm. Und der, okay. Und der, okay. Und der, okay. So, jetzt sind wir ganz nah ran. Jetzt können wir schnell rüberrennen. Und den Sternschirm mitnehmen. Oh, die Maus, äh, die Taten und Ola fast... Ola ein bisschen falsch verliebt Oh, schöne Lande... Was haben wir hier unten? Oh, tun schlissen Ich will da nicht unbedingt drunter gehen, das ist ja mir jetzt zu gefährlich, obwohl da unten so ein schönes Boden warten würde Puh, das könnte ja jetzt saavig werden hier Nee, komm, das schlauig schon mal wieder Äh, der Copio Ich kann den hier töten, wenn ich es richtig hole Mit dem hier kriege ich Stehen weg Vielleicht klappt das Bingo... Ah, wie schön Ich bin hier 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 Ich bin hier